Mein, 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 mein. Willkommen zu neuen Let's Play Pandora 2. Ähm, ich hab mir den Server noch nie angeguckt. Ich hab noch nie einen Let's Play oder eine Vorstellung angeguckt. Ich hab keinen Plan wie der Server ist. Ich glaub das ist ein New School oder Middle School, keine Ahnung. Wir gehen mal ins Rote Reich. Letztes Mal hatten wir einen Metallkrieger. Ja, jetzt nehmen wir mal einen Sucher. Ähm, Podcast, die, äh, hoffentlich geht's. Das war mein alter Name auf Amnesie 2. Fuck. Dann nehmen wir mal Moos Schäden. So, ich hoffe das geht. Darauf kommt auch eigentlich keiner. Ja, Mann. Dann lass mal gucken, wie der Server ist, Jungs. Ich hab keinen Plan halt. Ich bin ziemlich gespannt. Tschüss. Was ist das denn? Was ist das, Alter? Teleportieren. Das ist schon mal geil. Haustür-Sitzen. Du hast noch kein Haustür, über das du hier Infos erhalten könntest. Okay. Reiter-Sitzen. Du hast noch kein Tombola. Teilnehmen. So, ich hab nicht genug Coins. Scheiße. Wie kann ich das machen? Scheiße, Alter. Dann gehen wir mal... Team-Bot. Das ist bestimmt so. Das Server lag da mal ein bisschen. Auktionshaus. Das ist bestimmt so. Wo die Leute bieten. Bonus-Bot. Das ist geil, Alter. Das ist wirklich geil. Richtig perverse Scheiße hier. Was ist das? Da kann man bestimmt AFK gehen und kommen. Päh! Das ist ja pervers, Alter. Das ist bestimmt Lager. Hier bestimmt. Kann man bestimmt Young Lagern, denke ich mal. Und das ist zum Zwischen, denke ich. Das ist CH. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist bestimmt ein XP-Ring. So, machen wir das mal weg. So. Tun wir das mal hier rein. Das ist auch so komisch. Jetzt muss ich mich daran gewinnen, dass es hier oben ist. Das ist XP. Okay. Dann ziehen wir erstmal mal. Was ist das? Können wir mal machen. Vielleicht kriegt man ja... Reit-Tier-Siege, weil... Hier ist ja nur ein Pferdebild. Wie viel muss ich töten? 13? Oh, ne, Alter. Das ist die Jahre dauernd. Dann... Ich glaube, das war 10 in... ...mehr als... ...wit. Ich bleib' erstmal auf dem Level. Damit wir diese scheiß Mission machen. So, ich mach kurz aus. Ich will ein scheiß Telefon. Ihr wisst, bis gleich. So, ich bin wieder da. ...warte kurz. Geschäfte, die ist das. Nein, Quatsch. Was für Geschäfte. Das ist wichtig. So, gucken wir mal, was wir jetzt machen müssten. Runde 10. Ich hab' schon 21 getötet. Ein Alp... ...neun Alperwelfel. Oh, das ist ja voll die Scheiße, ist die Alper. Oh, ne. Lass einfach mal... Wir gucken erstmal diesen scheiß Laden hier an. Dann mach ich einen Cut kurz. Also die ganzen Läden gucken uns an. Dann mach ich einen Cut. Und dann wenn ich das Eis hinter mir hab, dann... ...derwenn wir zusammen kurz weiter. Gucken wir erstmal die Läden jetzt an. Mh... ...mh... Alles plus neun. Ja, hab' ich auch. Was ist diese... Oh, was ist das für ne Waffe? Das sieht aus wie... ...diese einen... ...komischen Waffen auf jeden Fall. Ähm... ...auf jeden Fall ist plus neun. Geht ab. Waffenhändler. Null. Nur v-mess neun. Ja, das geht natürlich. Boah, was haben die alles für Waffen, Alter? Was ist das für ne Rüssi? Voll geil! Also wir nehmen ein Wasser auf jeden Fall. So. Dankeschön. Dankeschön. Schmidt gibt's Tante Gemi. Hier gibt's Toos. Steine. Ähm... Das ist auch geil. Exus. Ich glaub, die klappen dann 100%. Wenn... ...es keine Consies gibt's. Mal Reitier. Man kann ein Reitier besitzen. Diese... ...sind jeweils bis Level 20. Level bar pro Level steigen die Attribute. Deswegen entscheide. Bedacht welches Reitier du für dich willst. Bla bla bla. Räh, rede nicht so viel. Ich hab' keinen Bock mehr zu lesen. Irgendwas mit. Ich muss sie noch fahren bestimmt. Aber wenn sie halt einfach keinen Essen und sich weigert, dass so viel Reitier ist. Ich glaub' das selber lag da ein bisschen. Ja. 100% schwanzvoll kriegt das denn? 50 Auftrag vom Reiter. 25 Zuckerkuchen. Hier kann man Barren kaufen. Okay. Was ist das? Kann man nichts machen. Seelengrotte. Also sieht der schon recht geil aus. Hier kann man nichts machen. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weitergucken. Ey, ich mach' nen kurzen Cut. Mach' diese ganzen scheiß Missis. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Oha. Oha, was das? Tschüss. Heftige Scheiße. Alter. Mist, ey. Fuck. Bis gleich, Alter. Oha. Joa, ich wollte noch Pandora 2 Dings weitermachen. Aber mein Pandora-Lied leider gerade nicht. Das ist gerade ziemlich beschissen, meine Freunde. Freunde, Freunde. Echo, Echo. So, machen wir dann einfach mein Giro 2 Gefängnis. Gefeilway. Dann hier. Holt nicht rum, wenn ihr nicht gewonnen habt. Es kommen noch mehrere. Gefeilways. Moment. Das kommt doch gleich on. Let's see who's the winner now. Oh, ich krieg keine Stimme mehr. Schneller. Ey, Heidi. Los, Jungs. Ich muss lernen. Weil es mein Freund. Wait a moment, please. Das war schon länger als ein Moment. Bitte. Schneller. HD Boss HD. Ich will Kriegerkörper. Do the Profis. Gucken wir mal. Dieser Kanal ist nicht vorhanden. Glück gehabt. An die, die es nicht geschafft haben, dann nochmal. Fernando the Rock. Ich will Körperkrieger. Liebe Grüße. Ich glaub, das ist ein Bug. Dann gehen wir mal so. HD Boss HD. Ich will Kriegerkörper. Den gibst du auch. Du hast Glück gehabt, dass ich... Und ich gucke. Ähm. Positive. So, HD Boss. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Ähm. Ich hoffe, du meldest dich in zwei Tagen. Du hast bis zum zwölften Zeit. Bis 15 Uhr zickern. Wenn du dich nicht meldest, dann, ähm, gibst du ein neues Giveaway. Und an die anderen leider nicht geworden. Habt ihr Pech gehabt. Machen wir ein Pandora 2 Giveaway nach der Zeit, wenn ich besser geworden bin. Und man sieht sich. Hadi Allah.